Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir Leute, aktuell sieht es beim Bitcoin sehr sehr interessant aus. Für alle diejenigen, die meinen Channel schon länger verfolgen, wissen genau worüber ich heute im Video noch sprechen werde. Außerdem schauen wir uns auch kurz Ethereum an, denn dort passiert auch momentan etwas sehr sehr interessantes. Also bleibt am besten bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. So, wir machen direkt weiter mit dem Bitcoin auf dem Daily Chart und hier haben wir momentan eine sehr sehr spannende Entwicklung, denn für alle diejenigen, die meinen Channel verfolgen, ihr wisst ganz genau, dass wir schon mal die Bollinger Bands angeschaut hatten und das war circa an diesem Punkt, wo wir diesen Squeeze hatten. Das heißt, die Bollinger Bänder haben sich hier zusammengezogen, das passiert bei einer relativ nahen Seitwärtsbewegung, dann ziehen sich die Bänder zusammen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen größeren volatilen Ausbruch gibt, Wahrscheinlichkeit ist da, denn schauen wir es uns an, haben sich die Bänder hier zusammengezogen und daraufhin hatten wir dann hier unseren Run-Up von circa 29.000 bis 42.000 US-Dollar hoch und hatten hier dann Volatilität in den Markt reinbekommen. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Bollinger Bands sich hier ebenfalls langsam wieder zusammenziehen, denn seit einiger Zeit hier laufen wir hier erneut wieder seitwärts, können unseren Widerstand aus unserer weißen Box hier bei 49.000 bis 50.000 US-Dollar nicht nach oben durchbrechen. Und dann könnte es nochmal interessant werden, ob wir hier wieder einen volatilen Ausbruch beim Bitcoin erleben. Ob dieser Ausbruch natürlich nach oben oder nach unten geschehen wird, ist hier soweit nicht klar. Das kann man vorher nicht sagen. Die eine Sache ist aber, wenn man in der Vergangenheit schaut, gab es immer wieder einen Ausbruch, nachdem wir einen Squeeze hatten. Hier in der Vergangenheit schauen wir es uns hier zum Beispiel einmal hatten, hatten wir ebenfalls einen Squeeze und dann hatten wir hier diesen Run-Up von circa 10.000 US-Dollar bis hoch auf circa 20.000 US-Dollar. Deshalb die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir Volatilität in den Markt bekommen, ist definitiv da. Und wechseln wir hier einmal auf den vierstündigen Chart, haben wir noch ein sehr, sehr interessantes Pattern mit einem sehr spannenden Preisziel. Denn schauen wir uns das Pattern einmal an, können wir es uns hier einmal ansehen, wird es sehr interessant, wenn wir hier einen Breakout entweder nach oben oder nach unten sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir auch nach unten ausbrechen könnten. Allerdings sind wir hier kurz vor einem Breakout. Sollte es hier zu einem Breakout kommen, haben wir ein sehr, sehr interessantes Preisziel. Wir haben hier ein Descending Triangle und das Descending Triangle ist in der Regel normalerweise ein bearisches Pattern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es auch nach unten ausbrechen kann. Allerdings denke ich, dass wir hier nicht nach unten ausbrechen werden, da wir hier einen Supportpunkt definitiv hier bei circa 46.000 US-Dollar haben. Für allejenigen, die es nicht wissen, schaut das Video davor. Dort hatte ich euch erklärt, warum wir an der Zone von circa 46.000 US-Dollar einen großen Support haben. Und sollten wir hier, markieren wir hier mal unseren möglichen Ausbruchspunkt. Hier bei circa an diesem Punkt sehen wir, dass das Preisziel sich bei circa 53.400 US-Dollar befinden würde, bei einem möglichen Ausbruch. Auch hier ist es wichtig, wenn man dies traden möchte, dass man auf jeden Fall hier auf einen Ausbruch wartet und auf einen Retest hier am besten wartet. Das wäre der Optimalfall für einen Trade, dass man hier noch einen Retest sieht. Gucken wir mal uns die Abseitsbewegung an. Sollten wir nach unten in Ausbrechen, sehen wir hier, dass unser Preisziel hier exakt circa auf unsere weiße Box bei circa 42.000 US-Dollar liegt. Das hatte ich euch schon heute Mittag im Video gesagt, dass ich nicht denke, dass wir unter diesem Bereich rutschen sollten, wenn die 46.000 US-Dollar nicht halten sollten. Und wechseln wir einmal zurück, einmal auf Ethereum, sehen wir, dass wir momentan bei Ethereum auch kurz an einer sehr, sehr spannenden Phase jetzt momentan sind. Wir haben ja, wie schon in den letzten Videos besprochen, hier bei Ethereum unser Ascending Triangle. Unser Ascending Triangle ist noch valide und ist nicht ausgebrochen. Wir sehen hier, dass wir mehrmals hier unten an der Supportlinie hier unseren Support mehrmals hier bestätigen konnten. Und auch hier oben der Widerstand wurde auch wieder hier immer wieder bestätigt und wir wurden dort immer wieder rejected. Und jetzt ist es wichtig, ob wir es jetzt schaffen, hier einen Breakout hinzubekommen. Wir sind momentan bei einem Preis von circa 3.317 US-Dollar und testen hier erneut den oberen Widerstand an. Sollten wir hier einen Breakout erleben, könnte man dies auf jeden Fall traden. Denn schauen wir es uns hier an, einmal unser Preisziel. Von unserem Pattern hier ist das Preisziel ein sehr, sehr interessantes Preisziel. Denn das Preisziel liegt etwa hier genau bei dem 786er FIP-Level bei genau 3.800 US-Dollar. Das heißt, sollten wir hier einen Breakout sehen, werden wir auch über das 618er FIP-Level bei 3.360 US-Dollar sehen. Und sollte das 618er FIP-Level hier fallen und wir einen Breakout darüber sehen, dann denke ich, dass wir hier auf jeden Fall easy die 3.800 US-Dollar erreichen können. Denn wenn wir hier das 618er nach oben durchbrochen haben, haben wir keinen großen Widerstand vor uns mehr zu erwarten. Sollten wir allerdings hier es nicht schaffen und rejected werden und nach unten hin ausbrechen, denke ich nicht, dass wir unter die 2.900 US-Dollar fallen sollten. Denn dort haben wir zuvor hier auch einen großen Widerstand an diesen Punkten hier angetestet. Und dieser Widerstand wurde zum Support, denn dieser wurde nochmal hier und nochmal hier bestätigt. Das heißt, wir haben bei 2.900 bis 3.000 US-Dollar auch nochmal einen großen Widerstand bzw. einen großen Support zu erwarten. Dort haben wir auch in etwa hier das 0.5er FIP-Level, welches ebenfalls als Support dienen sollte. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, bleibt alle gesund und bis morgen.